Hi Leute! Heute herzlich willkommen hier auf Claim It's Alive! Das letzte Video mit Flachwitzen ist schon ein bisschen her, aber es kam mir super bei euch an. Und ihr habt viele Kommentare geschrieben, habt auch viele Flachwitze noch selber geschrieben. Ja, und ich hab einige davon reingenommen und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Rehintermaus! Was ist bunt und läuft über den Tisch davon? Ein Fluchtsalat! Ein Fluchtsalat! Treffen sich zwei Kerzen, fragt die eine, ist Wasser eigentlich gefährlich? Sagt die andere, davon kannst du ausgehen. Was hat vier Beine und einen Arm? Ein Pitbull auf einem Kinderspielplatz! Der ist so böse! Was ist blau und voller Brüste? Ein Müllsack auf der Krebsstation! Was ist ein Lüneburger, der aus der Kirche ausgetreten ist? Ein Lüneburger Heide! Was ist rot und liegt auf dem Acker? Eine alte Bauernregel! Sitzen zwei Deppen auf Zugschienen und knabbern an den Gleisen. Sagt der eine, Mann, sind die Jinger aber hart! Sagt der andere, probier mal da drüben, da ist eine Weiche! Wo wohnt eine Katze am liebsten? In einem Mietshaus! Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Spät rechts einschlafen! Warum sind Bahnübergänge die härtesten Drogen der Welt? Ein Zug und du bist weg! Oh Mann! Was ist grün, hart für Beine und wenn es vom Baum fällt, erschlägt es dich! Ein Pillardtisch! Was essen Supermodels, wenn es mal schnell gehen muss? Ein Laufsteg! Und als letztes hätte ich hier noch ein kleines Rätsel für euch! Was ist das? Es hängt an der Wand und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt! Ja, wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann kannst du ihn hier oben abonnieren! Ja, ansonsten hätte ich hier noch ein Gewinnspiel für euch! Das wird unter den ersten 1000 Abonnenten ausgelost! Es wird aber so langsam eng, denn wir sind jetzt schon bei 950 Abonnenten! Das ist Wahnsinn! Wenn ihr mitmacht, dann schreibt aber in die Kommentare, dass ihr mitmacht, weil ich kann nicht 1000 Kanäle durchgucken, so leid es mir tut! Ja, weil viele nachgefragt haben! Ich habe immer unter jedem Video eigentlich meine Twitter und Facebook Links! Ansonsten war es das jetzt von mir! Wir sehen uns morgen wieder! Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao! Bis dahin, macht's gut, haut rein und schreibt! 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 Dich, haut rein und schreibt! Vielen Dank.